Hallo Was hast du jetzt vor? Keine Ahnung, Mann Ich würd sagen zu Marcel Lass uns mal Sonst hätte ich jetzt hier im dritten Spiel, da ist der Da, der liegt wieder, oder? Ne? Doch, hast du geschafft? Ich hol den mal kurz Ja, da kannst du deinen Arsch dann bewegen Ja, da sind zwei Da sind zwei Danke Oh, der ist frei Ja, der ist K.O. Der ist K.O. Gut, gut Ja, korrekt, hab ich geschafft Dennis auch Dennis, super Die Grenze kommt Ja, ja, los Sag mal, Mike, was ist nicht richtig mit denen? Ich hab jetzt einen Sniper und einen Ampyrer Gutes Sniper? Ne, drag'e noch Abschieber keine Überleg' mal Schonmal eine haben oder eine nicht haben, oder? Darum sag ich schon, dann hab ich lieber keine Ich hab lieber eine dabei Ok, jetzt machen wir die Begrunnen Ist das Claymore? Ist das Claymore? Ist das Claymore? Ich werde die Begrunnen Ich werde nicht das Claymore Ich werde die Begrunnen Und das Claymore Es wird nicht abgeworfen Zum den Und der Weil die Begrunnen Zitzen Zitat Du kannst mich Fotsi nennen, wenn du willst. Was hast du gesagt? Es ist das Gleiche. Franky ist Fotsi in Deutschland. Es ist das Gleiche. Ich bin nicht Englisch. Oh, okay. Fotsi, das ist gut. Ich bin Englisch. Das ist eine gute Idee, alles? Ja, super gute Idee. Wir bringen jetzt jeden Englern dabei, dass ich Fotsi eigenes Fotsi heilst. Was? Nicht gut? Komm, folgen. Fotsi ist der beste Name auf Deutsch. Sehr gut. Ja, ja. Es ist unglaublich. Also, äh... Nice Name in German. Ich mache dich so viel Lacken. Ich mache dich so viel Lacken. Das ist die Neu. Weil ich jetzt auch mit allen Fotsi zurecht. Ich mache dich jetzt auf Deutsch. Ich mache dich so viel Lacken und die anderen Sachen. Ich mache dich so viel Lacken. Ich mache dich so viel Lacken. Ich mache dich jetzt. ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk